Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist der Tineco Moda One. Und warum ich auf diesem Kanal auf die Idee komme, euch einen Föhn vorzustellen, das erzähle ich euch gleich. Als allererstes möchte ich mich gerne bei Tineco bedanken. Die haben mir nämlich den Moda One für dieses Video zur Verfügung gestellt. Ja, ein Föhn auf einem Smart Home Kanal, was hat es damit auf sich? Der Hersteller Tineco, den kennt ihr vielleicht von anderen Videos auf diesem Kanal. Die stellen nämlich hauptsächlich Akkustaubsauger oder auch Wischsauger her. Die wiederum teilweise mit App-Steuerung und so ist es eben bei dem Moda One hier auch. Den könnt ihr mit einer App verbinden und habt dann einige smarte Funktionen und die möchte ich euch hier eben auf diesem Kanal zeigen. Selbstverständlich bin ich mit meiner Frisur jetzt hier nicht unbedingt prädestiniert, hier in irgendeiner Form Beauty-Tipps gerade bei einem Föhn zu geben. Deswegen ist das Hauptaugenmerk hier natürlich die smarten Funktionen. Trotzdem werden wir uns in diesem Video hier natürlich gleich nochmal den Lieferumfang anschauen, schauen uns die Verarbeitungsqualität an, damit ihr einfach mal seht, was dieses Modell hier alles dabei hat und wie es aufgebaut ist. Die App werde ich euch selbstverständlich zeigen und zeigen, was man mit der App auch alles machen kann. Da ich das Gerät jetzt hier schon ein paar Wochen im Einsatz habe, werde ich dann auch nochmal einen kleinen Part mit meinen Erfahrungen mit reinbringen. Und da ich auch eine Friseurmeisterin in meinem bekannten Kreis habe, habe ich die einfach mal zum einen hierzu befragt, wie sinnvoll aus Sicht halt eines Profis so ein Gerät ist. Habe sie damit arbeiten lassen und ja, das werde ich dann natürlich in den Part meiner Erfahrung ebenso mit einfließen lassen. Zum Schluss gibt es dann nochmal ein kurzes Fazit und bevor es losgeht, fangen wir erst nochmal mit den technischen Daten an. Der Tineco Moda One hat eine UVP von 269 Euro. Er hat Maße von 29,7 mal 14,8 mal 8,2 Zentimeter und wiegt 780 Gramm. Der smarte Föhn hat eine Leistung von 1400 Watt. Zu seinen Besonderheiten zählt die App-Steuerung und die automatische iLoop-Funktion. So, dann gehen wir hier mal ein bisschen ins Detail und als allererstes mal das Zubehör durch. Das ist jetzt gar nicht so viel. Ihr habt eine Bedienungsanleitung hier dabei und dann habt ihr eben drei verschiedene Aufsätze neben dem Föhn und die sind eben alle magnetisch. Einer ist ja hier vorne schon drauf. Man sieht, den kann man hier so einfach abnehmen. Es gibt halt diesen, der vorne etwas schmaler ist. Das Ganze dann noch in etwas breiter, aber jedes Mal kann man das einfach so magnetisch hier dran machen und dann halt auch natürlich drehen. Und dann gibt es ja noch diesen Aufsatz für Locken, auch alles magnetisch. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Die beiden verschiedenen großen Öffnungen sind jeweils dafür gedacht, das eine ist, um das Haar zu glätten und das andere, um mehr Volumen ins Haar zu bringen. Wie gesagt, ich bin hier kein Beauty-Experte. Ich habe mir das aber erklären lassen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was jetzt hier für was ist. Der Föhn selber ist generell so aufgebaut. So sieht er von vorne aus. Hier vorne sind halt auch eine ganze Menge Sensoren drin, die automatisch erkennen sollen, wie feucht das Haar ist. Und dann halt eben selbstständig einstellen, wie viel Temperatur und welche Gebläsestärke hier eingestellt wird. Ihr habt auf der Rückseite die Möglichkeit, das Gerät zu öffnen. Hier ist dann halt auch so ein Siebfilter drüber, der dafür sorgt, dass hier hinten dann kein Staub durchkommt. Das funktioniert auch richtig gut. Habe ich in den letzten Wochen halt immer schon geguckt. Da kann man, da sammelt sich das wirklich sehr gut. Kann man dann hier so drüber wischen und dann wird das alles entfernt. Bei so handelsüblichen Föhnen ist mir das halt schon häufiger vorgekommen, dass da irgendwie Haare oder sonst was reinkommen. Dann kam das auch schon mal vor, dass ein Gerät kaputt ist. Das ist hier wirklich sehr hochwertig und gut gemacht. Hier außenrum ist halt ein LED-Ring. Ich zeige euch einfach mal kurz, wie das aussieht. Jetzt mache ich natürlich einmal Lärm. Da seht ihr, ist jetzt blau. Das ist diese i-Loop-Funktion und auch die kennt man vielleicht schon von dem Flow One S3, diesem Wischsauger oder auch anderen Akkusaugern. Die haben halt hier auch diesen Ring. Und das Ganze wird halt eben rot, wenn das Haar feuchter ist oder blau, wenn es dann eben nicht mehr so feucht ist. Also ihr habt schon gesehen, hier kann man ihn ein- oder ausschalten. Dann habt ihr hier die Möglichkeit an der Seite diesen Max- oder Auto-Modus einzustellen. Das heißt, automatisch, also generell, sobald ich das Gerät einschalte, geht es immer in den Auto-Modus. Also jedes Mal ausmachen, wieder anmachen, ist es immer im Auto-Modus. Und ihr müsst den Max-Modus quasi selber aktivieren, wenn ihr das möchtet. Darunter könnt ihr das Ganze nochmal auf kalte Luft umstellen. Und das war es eigentlich an Möglichkeiten, die man hier hat. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal, wie das Gerät klingt. Einfach, dass ihr dafür mal ein Gefühl habt. So, also ich finde, es klingt vom Sound her deutlich höher. Also ganz anders als ein Föhn. Und ihr merkt halt auch, dass wenn man ihn ausmacht, dass es halt direkt aus ist. Nicht wie ein Föhn, der noch so ein bisschen nachläuft. Und ich will jetzt einfach mal hier zeigen, einfach, dass ihr mal den Vergleich habt. Der normale Föhn, den wir bisher hatten, klingt halt so. Einfach nur, dass ihr mal einen Unterschied gehört habt, wie sowas klingt. Ja, das ist eigentlich auch das Ganze, was man hier zum Aufbau sagen kann. Die Verarbeitungsqualität ist hier wirklich sehr, sehr hochwertig. Das Gerät erinnert natürlich an das Modell, das es auch von Dyson gibt. Denn auch Dyson hat so einen Ionen-Haartrockner im Sortiment. Der kostet knapp 400 Euro. Das Gerät ist dann halt mit 270 Euro günstiger. Ist aber von der Qualität wirklich absolute Spitze. Was hier alles dabei ist, habe ich euch jetzt gezeigt. Und dann schauen wir uns als nächstes auch nochmal ganz kurz die App zusammen an. So, dann werfen wir nochmal einen schnellen Blick in die App. Die Tineco App kennt ihr ja vielleicht schon von anderen Videos, weil ich halt hier auch hier den Flow One S3, Pure One X und was ich hier nicht alles schon mit ausprobiert habe. So sieht das dann aus. Ich öffne das Ganze mal und hier seht ihr halt, dass ihr die Möglichkeit habt. Hier ist es jetzt im Auto-Modus. Das heißt, sobald ich ihn hier einstelle, passiert erstmal noch nichts. Aber dann kann ich einstellen, ob ich den manuellen Modus haben möchte. Und ihr habt hier halt verschiedene Cool-Styling, Haustier, Kindermodus, alles Mögliche an verschiedenen Modi. Da unten auch nochmal einen Eco-Modus. Und jetzt spiele ich einfach mal dran rum, um euch das zu zeigen. Ja, okay, ich denke mal, das langt. Ihr seht, was man damit machen kann. Generell zeigt euch die App halt während des Föhens an, was ihr da gerade erkennt. Und ihr habt die Möglichkeit, hier verschiedene Modi zu wählen. Könnt halt hier sagen, auf dem manuellen Modus, dass ihr alles selber einstellen könnt. Hier oben die Geschwindigkeit zwischen Niedrig, Mittel und Hoch und auch die Temperatur zwischen Warm, Mittel und Heiß. Das könnt ihr hier halt einstellen. Im Auto-Modus macht das Gerät das alles selber. Im Cool-Modus ist natürlich klar, die Temperatur ist kalt und es ist auf Mittel eingestellt. Dann gibt es halt einen Styling-Modus, einen Haustier-Modus und einen Kindermodus. Und wie gesagt, hier unten Eco. Und hier oben habt ihr noch die Möglichkeit, euch dann auch nochmal so ein paar, ja, Statistiken anzeigen zu lassen. So, ja, das ist das, was man hier in der App machen kann mit dem Tineco Moda One. Wie schon bei den Akkusaugern vorher, muss ich sagen, ich persönlich würde das halt einfach nicht nutzen, weil ich, ja, weiß ich nicht, das Gerät hat einen Auto-Modus, da funktioniert das wunderbar. Aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der da Bock drauf hat, das zu nutzen. Das sind die smarten Funktionen, die das Gerät hat. Und ich denke, jetzt erzähle ich euch nochmal ein bisschen was über meine Erfahrungen mit dem Tineco Moda One. Ja, wie schon gesagt, ich nutze den Föhn jetzt hier schon ein paar Wochen. Und was ich jetzt in meinem persönlichen, bei meiner persönlichen Nutzung einfach festgestellt habe, ist, klar, ich habe sehr kurze Haare und dann geht das Föhn extrem schnell. Aber was mir halt wirklich aufgefallen ist, ist, dass wenn ich mal hier die Haare hier mit Föhne, ich kriege es absolut, selbst wenn ich es wollte, nicht hin, mir damit die Haare zu, beziehungsweise die Kopfhaut zu verbrennen, denn das Gerät stellt einfach alles automatisch so ein, dass es nie zu heiß wird. Und das ist ja gerade auch ein großes Key-Feature von diesem Tineco Moda One Ionenhaartrockner, wie das Gerät ja eigentlich heißt, dass es eben so gemacht wurde, dass es euren Haaren nicht schadet, dass nie die zu hohe Temperatur eingestellt ist. Also ich habe das Gerät teilweise einfach mal wirklich zum Test mir so nah hier an den Kopf gehalten. Da wird nichts zu heiß, da tut nichts weh. Macht das mal mit einem anderen Föhn. Das, ich denke mal, kennt ihr selber, da hat sich der eine oder andere bestimmt schon mal auch verbrannt. Und das funktioniert halt hier einfach nicht. Das ist halt dann auch top für, ja, ich würde mal sagen für Kinder, dass die, gerade weil sie ja sehr empfindlich sind, sich damit auch föhnen könnten, ohne sich damit irgendwie zu verbrennen oder wenn Eltern das machen und da, ja, vielleicht sich damit sicherer sind. Das ist auf jeden Fall schon mal cool, so für den Normalverbraucher, der jetzt nicht unbedingt jetzt hier so die Styling-Gedanken hat. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe auch eine Friseurmeisterin in meinem Bekanntenkreis. Und die hat von Anfang an gesagt, als ich ihr das Gerät gezeigt habe, sie sagte, sie kennt halt bisher das Modell von Dyson und sagt, das ist absolute Spitze. Also gerade Friseure sind wohl tatsächlich sehr angetan von diesen Geräten und nutzen die auch, weil die wohl auch den Vorteil haben, dass sie zum einen viel besser in der Hand liegen, aufgrund der Verteilung des Gewichtes. Da habe ich dann einfach wieder mal hier diesen Föhn genommen, den ich bisher hatte und habe dann erstmal geguckt. Also da fühlte sich der jetzt nicht, also der Tineco fühlte sich da nicht irgendwie leichter an. Aber es liegt halt wohl hauptsächlich auch daran, das sieht man aber auch, dass halt hier das Gewicht hier vorne generell nach unten zieht. Und wenn man das wohl länger macht, dann ist das wohl angenehm für die Hände. Und hier ist das Gewicht wohl so ausbalanciert, dass das bei längerer Nutzung, wenn man den ganzen Tag mehrere Köpfe föhnt, wohl sehr viel angenehmer ist. Also da wurde mir tatsächlich bestätigt, dass das auch ein Hauptpunkt ist, warum Friseure gerne zu diesem Gerät greifen. Und dann ist es tatsächlich so, also das, was hier gesagt wird mit dieser Inion-Technik, die dafür sorgen soll, dass die Haare, ja da steht in den Videos, sieht man immer, dass die Schuppen von den Haaren geschlossen werden. Und dass halt generell das Haar durch die korrekte Einstellung der Hitze und dass es nicht zu heiß wird, wirklich sehr viel mehr geschont werden. Und ja, tatsächlich wurde ich gefragt, ob ich das Gerät nach diesem Test eigentlich noch brauche, weil sie hätte es am liebsten mitgenommen. 270 Euro ist halt im Vergleich, wenn man sich das Dyson-Gerät anschaut, dann auch nochmal deutlich günstiger. Also sie konnte mir tatsächlich sagen, dass das Gerät wirklich, wirklich richtig gut ist. Natürlich immer noch ein Gerät, ein Föhn für 270 Euro. Das muss man auch erstmal ausgeben wollen, gerade wenn ihr das jetzt als Privatperson und nicht als Friseur für einen Beruf braucht. Aber ja, also aus meinen Erfahrungen, ich kann sagen, ich föhne mir mittlerweile damit meine kurzen Haare, was auch wirklich sehr schnell geht. Einfach, weil ich da nicht groß darauf achten muss, sondern ich stelle es ein, es wird alles automatisch eingestellt. Finde ich wirklich gut. Und ja, hier hinten die Eiloop-Funktion bei meinen Haaren, auch da, es wird fast nichts rot, weil da wahrscheinlich einfach zu wenig Feuchtigkeit erkannt wird. Als das aber hier zu Hause ausprobiert wurde, als meiner Frau die Haare dann damit geföhnt wurden, da zeige ich euch auch nochmal ein paar Bilder. Da sieht man, dass das wirklich sehr gut funktioniert. Also, soviel erstmal zu meinen Erfahrungen mit dem Tinnico Moda One und dann kommen wir jetzt auch zum Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit vom Tinnico Moda One, dem smarten Föhn für 270 Euro. Mich konnte das Gerät insofern überzeugen, dass ich es ab sofort nutze. Er macht wirklich Spaß. Ich finde auch, dass das Geräusch ist für mich deutlich angenehmer als bei einem anderen Föhn. Ist aber auch wirklich Geschmackssache. Also, meine Frau hat gesagt, ihr gefällt der Ton hier weniger. Ich habe ihn generell mal so ein bisschen durch die Familie gehen lassen. Auch da war es halt so, dass die meisten gesagt haben, dass es ihnen direkt aufgefallen ist, dass man sich ja damit da nicht mehr die Kopfhaut verbrennen kann. Also, das hat wirklich vielen gefallen. Und ja, was meine Bekannte, die Friseurmeisterin es gesagt hat, das habe ich euch ja bereits erzählt. Insgesamt also ein wirklich, wirklich tolles Gerät. Die smarten Funktionen sind für mich persönlich jetzt nicht unbedingt interessant, weil ich sie einfach genau wie bei den anderen Tinnico Modellen nicht nutzen würde, weil es für mich nicht so wirklich viel Sinn macht. Aber da könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch interessant ist, diese smarten Funktionen vom Tinnico Moda One zu nutzen. 270 Euro ist immer noch extrem viel Geld für einen Föhn, wenn man überlegt, wie viele Föhne man in der Zwischenzeit kaputt machen könnte, die halt, keine Ahnung, 20, 30, 40 Euro kosten. Trotzdem, ja, dafür bekommt ihr halt ein wirklich sehr, sehr, sehr hochwertiges Gerät mit, ja, tollem Funktionsumfang. Magnetisch finde ich richtig toll. Günstiger als das Modell von Dyson. Zwar eine ganze Ecke günstiger. dementsprechend, ja, tolles Gerät. Nicht günstig. Ob ihr das, ja, nutzen würdet, bleibt natürlich euch überlassen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Föhn hier haltet. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind, dann gerne in die Kommentare damit oder ihr kommt in unsere Facebook-Smarthome-Gruppe. Da sind auch eine ganze Menge Nutzer drin, die sich über die verschiedensten Themen aus dem Smarthome-Bereich unterhalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Kanal-Abo. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.